Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rogue Heroes, Ruins of Tassos. Heute als... Zereta wieder. Was ist denn das? Oh, cool. Moment, da gibt es noch mehr. Kerker 99. Räume. Tod durch Fallen, Monster und 1 durch irgendwas. Cool. Da habt ihr mal meine ganzen Statistiken gesehen. Ah, wir haben nur 47, deswegen gehen wir direkt in den zweiten Dungeon zurück. Den wir in der letzten Folge ja gefunden hatten und auch fast dein Boss waren. Nur leider bin ich greedy geworden. Dann nehmen wir noch ein bisschen... Wir haben beim letzten Mal richtig viele Upgrades gemacht. Ups. Ups. Yes. Du kannst mein Geld haben. So. Schlüssel. Ja. Mir wurde gesagt, man muss das hier nicht verbrennen. Oh mein Gott, ich bin so tun. Das ist ja unglaublich. Aber ich habe das nie getestet. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass man das verbrennen muss. Oh. Das ist eine Falle, die wir kurz auslösen. Schild voran. Hust mich. Ja. Wieder hier Risky. Aber egal, wir haben noch volles Leben. Da können wir noch Risky spielen. Da unten hat es gewackelt. Nein. Okay. Oh mein Gott, das macht so viel leichter. Da war ich jetzt lucky, dass das von der Seite geblockt hat. 75 Schatten. Oh mein Gott, wir sind so stark geworden. Wow. Hat es ja gewackelt. Nee. Hm? Warum kam dieses Geräusch? Weil es ein Special Raum ist? Oh man kriegt hier so viel mehr Geld im Gegensatz zu dem ersten Dungeon. Das ist ja krank. Vor allem, was auf die dritte Ebene ist. Einfach aus so einem Gebüsch mal hier. 57. Oh. So macht das Spaß. So, hier noch. Nix. Oh, wir sind reich. Damit können wir auch schon wieder so viel machen. Wir haben gerade erst angefangen. 1.500. Oh mein Gott. Das ist schön. Oh nee. Wie. 47 Schaden. Ich bin jetzt greedy geworden. Ich habe gedacht, ich kann hier den Sprung machen. Die Ausdauer hält ja richtig lange beim Schild hochhalten jetzt. Der wäre gut geupgradet. Mal gucken, was hier ist. Krass, ey. Ah, hier ist der. Boah, das Schlüssel. Aua. Die machen aber auch sehr gut Schaden. Holy. Holy moly. Stand ist, glaube ich, echt besser. Wir gucken, glaube ich, erst die anderen Räume noch fertig. Oder an. Alles geht uns doch nicht mehr so gut. Oh, Gott sei Dank. Ein guter Raum. Okay. Okay. Reichtum. Warum habe ich gedacht, ich muss das abbrennen? Ich verstehe es nicht. Oh nein. Oh. Nee. Als ob der jetzt auf einmal schneller angreift. Unfair. Ich schwöre, ich habe mein Schild hoch gehabt. Man hat es, glaube ich, auch gehört. Ich glaube, ich war zu nah dran. Deswegen hat er auch über das Schild geschlagen. Geschossen. Ich habe den Schildknopf gedrückt. Oh. Das finde ich ja schon mal schön. Ein bisschen Leben wäre auch nice. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier mein Mikrofon ein bisschen zurecht drücken. Dankeschön. Oh, 40 Heilung. Gott sei Dank. In dem versteckten Raum ist noch ein Schlüsselraum. Ich beschwere mich nicht. Außer der Raum killt mich wieder. So, was haben wir hier? Okay. Der hat keine Chance. Ach so. Jetzt müssen wir die Dinger hier mitnehmen. Ich verstehe. So, jetzt kommt das da hin. Der aus dem anderen Raum kommt dann da hin. Und ich stehe dann da hin oder so. So ungefähr. Na ja. Tada. Schon mal aufmachen. Also diesen komischen Extraschlüssel, den ich mal am Anfang kriege, den musste ich glaube ich noch nie benutzen. Verstehe ich nicht. Gib mir einfach Geld. 5.000. Oh. Na, ich bin oben. Okay. Alles noch safe. Das ist glaube ich nicht in diesem komischen Bünderfall. Bin ich überhaupt noch da unten? Nope. Die Frage hat sich erledigt. Oh mein Gott. Ich glaube die Falle hat mir ein bisschen geholfen. Kaum abgeschlossen. Ja. Blöde Müller. Ah. Fuck. Okay, es brennt noch. So. Sollen wir hier schöne Gräser mitnehmen. Die sind hier richtig wertvoll. Davon können wir auch vielleicht wieder Leben dadurch kriegen. Okay. Der Raumziel hat es abgeschlossen. Schauen wir trotzdem mal. Nee. Okay. Aber das war echt ein schlechter Raum in dem Moment. Okay, wir haben Heilung bekommen. Aber war echt ein schlechter Schlüsselraum. Mit so sechs Krügen. Ich hoffe, der Ventilator war nicht die ganze Zeit im Mikro. War ein bisschen doof. Jetzt müssen wir uns noch den Boss-Schlüssel holen. Dann können wir uns den angucken. Beim letzten Mal sind wir im letzten Raum vor dem Boss gestorben, weil ich noch ein bisschen Heilung haben wollte. Aber es war leider ein Raum, wo wir dann jeden Gegner killen mussten. Und das war leider auch ein bisschen schwer. Kleines bisschen. Oh, der Traubkämpfer war schon. Guck mal, wie ich es mir auch gemerkt habe. Nee, der hat das letzte Mal ein bisschen anders ausgesehen. Oder? Jetzt muss ich hier rüber. Und dann so. Oh. So. Wunderbar. Schlangenschlüssel. Achso. Ich kann einfach hier durch. Jetzt schauen, dass wir keinen Schaden auf dem Weg mitnehmen. Sollte nicht passieren. Aber man weiß ja nie. Vielleicht greift mich auf einmal ein Haar. Äh. Grashalm an. Ich wollte Halmgras. Halsgralm. Grashalm. Okay. Das ist ein Pilz. Risomorph. Ich habe gedacht, die kämpfen hier gegen die Schlange. Na, das macht ihm Schaden. Oh. Ich habe gedacht, das ist Magie, die ich zurückwerfen kann. Nimmt er selbst auch Schaden. Okay, er selbst nimmt aber wenig Schaden. What? Hallo? Kann ich ja gar nicht ausweichen. Weil ich mein Sprung nicht habe. Hallo. Nein. Ich wurde vergiftet. Warte mal kurz. Habe ich zwei Flaschen mit Heilung gekauft? Äh. Inventar? Nee. Mission? Karte? Ich glaube nicht, oder? Er ist blau. Nein. Ja gut, das ist easy zum Deutschen. Er wird wahrscheinlich... Ja, schneller. Ach. Tu es nicht. Ich muss sagen, der erste war... Gruseliger. Nennen wir es mal Gruseliger. Ja, das war easy. Mein Trank hätte ich, glaube ich, gar nicht benutzen müssen. Aber haben wir einfach mal gemacht, weil... Sicher ist sicher. Aber jetzt bereue ich ein bisschen, dass ich da letztens nicht reingegangen bin. Letzte Folge. Ich glaube, die hätten wir geschafft mit dem bisschen Leben, das wir überhaupt denn... gehabt haben. So, was kriegen wir hier Schönes? Ein Hammer. Ein Hammer? Ah ja. Die Zelda. Nein. Ich wollte drüber springen. Sieb. Nice. Der Rhizomorph wurde vernichtet. Velestars Macht über West-Tarsos schwindet. Jetzt musst du südlich von Intori in den vulkanischen Dschungel namens Wildwuchs reisen. Das Schloss Phyrotek. Der dritte große Kerker liegt in einem brennenden Lavasee. Finde einen Weg, die Lava abfließen zu lassen, um den Kerker zu erreichen. Okay. Wir gehen jetzt aber erstmal Upgrades machen. Wir sind natürlich wieder reich. Moment. Mal gucken, was die... Ob die solche Sachen schon verkauft hat, die wir gegeben haben. Nee. Wir kaufen mal noch mehr Gebäude. Und zwar die Farm. Wenn wir daraus Geld machen können. Gerne. Hä? Wo macht der die jetzt hin? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe einfach geklickt. Nix Labor. Da müssen wir Nick finden. Die Farm verbessern. Ah, da haben wir die jetzt... Ah, hier links ist die. Okay. Dockhouse. Nee, das reicht. Moment, der will reden. Hat eine Quest. Immer mehr Leute. Okay. Karte. Wir schauen mal kurz auf der Farm vorbei. Oh, hallo. Hallo, nimm es nicht persönlich, aber dein Grundstück sieht richtig jämmerlich aus. Jetzt guck mich nicht so an. Ich schätze, es hat Potenzial. Du musst nur etwas Arbeit reinstecken. Hä? Du hast keine Farmwerkzeuge? Jetzt, wo du es sagst, ich bin in einer alten Scheunen. Veröstlich von hier vorbeigekommen, aber die Tür war zu gerostet. Ich habe versucht, das Ding loszuschlagen. Aber ich sage dir, diese Tür war störrischer als ein mürrischer Graser zur Mittagszeit. Wenn du die Zugang verschaffen kannst, findest du vielleicht etwas, dass das dir hilft, das Grundstück zur Vordermann zu bringen. Du brauchst auf jeden Fall die Schaufel und die Gießkanone und den Samenbeutel hier. Damit kannst du Samen jeder Wildfrucht ernen, die du findest. Okay. Jetzt wird es noch hier Harvest Moon. Und Stardew Valley. Cool. So, mal gucken, was hier die Lebensupgrades kosten. Okay. Machen wir erstmal 230 Leben. Moment. Ich will noch ein bisschen mehr Mana. Mana. Er wird die Anzahl... Er wird die erhaltene Magie beim Aufheben einer Flasche. Toll. Plus ein Magie für einen Kill. Ja. Aber das hätte ich ja auch gekriegt. Und das hätte ich auch machen. Naja. Okay. Das reicht erstmal, dass wir Magie beim Killen kriegen. Jetzt gehen wir noch... Ich weiß gar nicht mehr, was die alle verkaufen. Mann. Egal. Wir gehen gucken. Achso, hier kann man Samen kaufen. Das wäre unser Haus, oder? Weiß nicht genau, was das bringt, wenn wir unser Haus verbessern. Deswegen lassen wir es erstmal. Nochmal gucken, was wir hier noch machen können. Noch mehr Ausdauer. Ja, das war erstmal okay. Ich will jetzt erstmal noch mehr Schaden und so eine Sachen haben. Gucken, was der für uns noch hat. Was für Werkzeuge wir verbessern können. Das stimmt, wir können die Laterne noch größer machen und so Sachen. Das ist ja billig. Das hier brauche ich nicht wirklich. Der Bombenbeutel, Boomerangbogen, Greifhaken. Nee. Zauberstab vielleicht. Na guck mal, das ist ja billig wie sonst was. Okay, das reicht dann erstmal. Jetzt will ich noch mein Schwert verbessern. Das war hier ganz oben. Oder wir können mal gucken, wenn wir noch Klassen. Vielleicht kriegen wir da noch was. Erstmal Klassen und dann Schwert. Hallo Omi. Waldläufer? Ja, machen wir noch. Nee. Und den hier auch. Nee. Schauen wir uns bei den nächsten Malen dann mal an. Hallo, bitte mach mein Schwert scharf. Danke. Kritschung ist 55%. Leider maximal. Aber ist ja auch okay. Fünf Schaden für tausend. Das sind Matschkugeln. Ich weiß nicht genau, was Matschkugeln sein sollen. Hm, das ist so teuer. Jetzt habe ich noch 635. Aber noch hier rein. Und da rein. Wunderbar. Warte mal. Macht der da oben gerade... Oh, ich habe gedacht, der macht ein Regenbogenschwert für mich. Cool. Wäre cool gewesen, meine ich. Schade. Okay. Dann würde ich sagen, Leute. Die Wälder im Süden erkunden wir in der nächsten Folge. Das ist ein ganz guter Abschluss für den zweiten Dungeon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge ist jetzt kürzer, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ciao, ciao. Ciao, ciao.